Hallo meine Freunde und Steine, herzlich willkommen in BrickCamp, heute zum neuen Review, wie immer montags, denn every Monday ist Soldier Monday. Ich habe für euch von Panos den GLTV Joint Tactical Light Vehicle, nee, GLTV, Joint Light Tactical Vehicle, meine Güte, falsch rum. Es ist ein Fahrzeug, das den, oder ist gerade schon dabei, den Humvee der US-Armee abzulösen. Und das hat Panos jetzt rausgebracht in einem absurd großen Maßstab, deswegen habe ich auch damals im Patriot-Video ganz am Ende, werden wahrscheinlich die meisten von euch nicht gesehen haben, gesagt, dass ich es wahrscheinlich nicht vorstellen werde, denn es größentechnisch nicht so ganz in meinem Sammelsurium reinpasst. Ja, den Plan habe ich ohne meinen netten Sponsor Afrobrick gemacht, denn die haben mir einen Tag nach Veröffentlichung des Patriot-Videos dieses Set noch zukommen lassen. Gehen trotzdem Grüße raus und vielen Dank dafür, denn Spaß hat es trotzdem gemacht. Kann ich schon mal spoilern. Es gab zwar die ein oder andere Kleinigkeit, wo ich sagte, oh mein Gott, aber wenn ihr wissen wollt, was das war, bleibt auf jeden Fall dran oder wenn ihr die Tech-Facts nicht wollt, dann geht unten in der Videobeschreibung aufs Kapitel Bauanleitung, denn da gehen wir alle Sachen durch, die ich nicht so super fand oder auch gut sind. Da ist immer die Quick-Essenz der Informationen zum Set, bis vor wir dann uns das Modell in Übersicht anschauen. Aber wir starten erstmal mit den Set-Informationen, weil hier heißt das ganze Ding hier, es hat die Set Nr. 628-013, besteht aus 2479 Teilen, natürlich keine Minifiguren mit dabei, würde jetzt bei der Größe keinen Sinn machen, denn wir reden hier von einem Maßstab so von 1 zu 16, sage ich jetzt mal. Von der Breite her wäre es 1 zu 13, aber in der Länge und so vom Gesamten her kommen wir eher Richtung 1 zu 16. Ja, was gibt es noch? Preis, Preis ist immer wichtig, 57,66 Euro bei Afrobrick, wie immer in der Videobeschreibung ist der Link zum Set. Natürlich bitte den Rabattcode nicht vergessen, falls ihr über den Link bestellen solltet, könnt ihr natürlich gerne auch weiter gucken, wo es sonst noch ist. Aber mit 2,3 Cent pro Teil, muss ich offen und ehrlich sagen, ist das jetzt kein schlechter Deal. Das ist nämlich auch der Grund, wieso ihr hier wieder keine Drucke seht, denn das ist natürlich alles wieder über Beberlass, Aufkleber, Sticker gelöst. Das wird auch so bleiben, laut meiner Information, die ich bekommen habe, ist, dass der neue Trend von Panos leider zur Kostenoptimierung wird es in Zukunft immer mehr Sticker geben, Stickermodelle bei den neuen Sets, die rauskommen. Schade, muss ich ehrlich sagen, das Thema haben wir auch bei den letzten zwei Sets schon durchgekaut, deswegen machen wir jetzt hier auch einen Haken ran. Trotzdem, eure Meinung interessiert mich, haut es unten rein, diejenigen, die es jetzt bei den anderen noch nicht kommentiert haben, was findet ihr da? Cooler Sticker oder Prints oder triggert euch das Thema nicht? Lieber günstiges Set dafür Sticker oder lieber ein paar Euro mehr dafür Prints? Habe ich euch bei den letzten Malen schon gefragt, aber wie gesagt, diejenigen, die die Videos nicht gesehen haben, gerne auch hier kommentieren. Ja, technische Fakten zu dem Teil. Es ist was relativ Neues, muss man tatsächlich sagen. 2015 haben die Amis sich dazu entschieden, dieses Modell von diesen GLTVs zu nehmen, von dem Hersteller Oscos. Oscos, ich kann es nicht aussprechen, ist immer dasselbe Thema bei mir. Und seit 2018 ist das Ding in der Beschaffung, somit angedacht, Beschaffungszeitraum bis 2040. Nicht nur, weil es nur so 100 Stück gebaut werden im Jahr, sondern 2018 haben sie angefangen und 2040 wollen sie fertig sein, dieses Fahrzeug in die Truppe eingeführt zu haben, egal ob US Army, Marines und Co. Denn wir reden hier über eine Gesamtmenge von 54.599 Fahrzeugen, die in der Basisversion so schlappe 250.000 Dollar kosten. Ich weiß, bei Wiki steht was anderes, aber ich habe mehrere Seiten durchgeguckt und ich weiß nicht, wie die bei Wikipedia auf diesen absurden Preis gekommen sind. Denn die Basisvariante, mit der man den Humvee in der Basisvariante verglichen hat, sind gerade mal 30.000 Dollar Unterschied. Sonst hätten sie es wahrscheinlich nicht gemacht, wenn die Basisvariante das Doppelte, wie es bei Wikipedia steht, auf 500.000 kosten würde. Ja, V8, Diesel, 6,6 Liter, wieso auch nicht, 305 PS hat der ganze Eimer, braucht er aber auch mit über 700 Nm in der Drehmoment, weil er hat 9 Tonnen. Es gibt auch mehrere Varianten, deswegen gehen wir jetzt mal nur von der Variante, wo ich es gefunden habe, die Daten. Also 9 Tonnen, die 2 Person, Double Cap Variante und die hat dann auch 2,3 Tonnen Zuladung als Transportfahrzeug. Hier ist es die Closed Combat Weapon Carrier Version, das heißt komplett geschützter Raum, alle sind geschützt. Aber hier so mit der ferngesteuerten, mit der CROWS, also CROWS ist der Name für die ferngesteuerte, die Abkürzung für die ferngesteuerte Waffenanlage. Somit kann man im Fahrzeug befindlich nach außen hin wirken, ohne den Kopf rauszuschrecken zu müssen und sich einer Gefahr auszusetzen. Was ganz interessant war, ist, dass dann noch 2022 hat dann Oscos noch eine Hybrid-Variante vorgestellt. Die hat einen Elektromotor drin, der zwischen dem Diesel und dem Getriebe sitzt. Dieser wiederum kann verwendet werden, Antenne weggerissen, um zu fahren oder auch als Generator zu dienen, dass der Dieselmotor den antreibt, um diesen 30 kWh Akku wieder aufladen zu können. Also auch interessant natürlich für Spähaktionen, wenn man irgendwo steht mit Standheizung und Co. oder Klimaanlage, man kann das Ding dann betreiben. Ist mal interessant, ich halte nicht ganz so viel von diesen vollgestopften Fahrzeugen, weil wenn da was kaputt geht, bist du halt der Orsch. 485 km Reichweite mit einem normalen Dieselmotor soll das Ding haben, 113 kmh Spitze. Wie gesagt, es gibt fairere Varianten, 2-4 Personen mit Waffenanlage, ohne nur Britsche und Co. Also da hört es nicht auf. An sich habe ich erst gedacht bei dem Modell, uh, sieht komisch aus. Ich blende mal hier ein Bild ein vom Original, so schlecht haben sie ihn gar nicht getroffen, denn der sieht echt auch so komisch aus. Auch hier hinten mit diesen Überständen, wo ich mir gedacht habe, was soll das, wieso ist hier hinten der Überstand, ist beim Original auch so. Also da haben sie ihn tatsächlich nicht schlecht erwischt, somit gucken wir uns jetzt dann gleich mal die Bauanleitung an. Wo gab es denn Höhen und Tiefen bei dem Teil? Ihr seht, ich habe hier nur drei Marker, weil tatsächlich am Anfang waren ein paar Dinger drin und Richtung Ende hin ging es immer besser. Und ja, am Anfang baut er sehr viel Technik, am Ende baut er nur noch mit Bricks und ich glaube, das mit den Technik, also Anleitungen im technischen Bereich, ich habe da noch mit beim Panos und Technik Teilen noch nicht wirklich Erfahrung. Und so wie es mir darüber kam, jetzt eine Anleitung, sie auch nicht. Denn wir fangen hier nämlich schon mal an, in der Bauabschnittstüte 1, baut ihr hier diesen kompletten Unterbau. Und dieser Unterbau besteht eigentlich nur aus Liftrahmen und hier sind dann ein paar Blades aufgesetzt. Da habe ich auch schon mein erstes Fähnchen drin, denn wie ihr hier seht, sind hier diese Liftrahmen, ich sage immer Liftrahmenrahmen dazu, und da werden in die Ecken Halfpins reingesteckt. Und wenn ihr solche Halfpins bei euch daheim irgendwo habt, nutzt sie. Die anderen verbleibenden vier Löcher oben, die frei sind, die werden auch nicht für irgendwelche andere Sachen belegt. Drückt da auch noch welche rein. Wenn das alles belegt ist, dann hält es ein bisschen besser, denn am Anfang ist die ganze Konstruktion unten, das Chassis, noch ein bisschen labil. Und jedes Mal, wenn sich das einen Ticken biegt, fallen euch die großen Plates wieder ab. Also ihr habt dieses, ich zeige es euch gleich mal. Ihr habt dieses Konstrukt hier, das ist hier mit Plates und Co. alles gemacht. Das löst sich öfters mal von unten von den Liftarmen ab und das habt ihr das ein oder andere Mal auf einmal während eures Baus wieder so in der Hand. Wo ihr dann auch denkt so, toll, lol. Wenn ihr dann weiterkommt und es wird ein bisschen stabiler, hält es echt gut. Da gibt es nichts mehr, aber darum der Tipp, knallt einfach noch ein paar Halfpins, wenn ihr sowas daheim rumliegen habt, zufällig noch zusätzlich rein. Dann habe ich zwei mir doch sehr ins Auge stechende, wie soll ich sagen, Montagefehler, also Darstellungsfehler. Ja, weil auf der einen Seite ist es falsch, wenn ihr die andere Seite baut. Wir reden jetzt hier von der Vorderachse, von der gefederten. Hier soll auf einmal der Dämpfer hier oben rein, also eine Pinhöhe höher wie der gegenüberliegende Dämpfer. Und unten sollen sie aber in dieselbe Geschichte. Dass das nicht funktionieren kann, soll jedem von uns klar sein. Wenn ihr ein paar Seiten weiter guckt oder dann später schaut, seht ihr, äh, nee. Oder wenn ihr die andere Seite baut, da ist es richtig dargestellt. Da haben sie hier einfach die rote Linie falsch gezeichnet. Und das ganze Spiel haben wir hinten nochmal, wo es noch ein bisschen Verwirrung gibt. Und das ist, wenn ihr hier den Seitenschweller montieren sollt, da sind dann auch, hier geht es auf die Pins und hier geht es auf die Pins. Merkt man auch ganz schnell, weil das zwei versetzte Ebenen sind, weil ihr sollt einmal hier auf den Pin an der Ebene und einmal eine Ebene tiefer und ein Brick weiter vorne auf den anderen Pin. Das kann nicht funktionieren. Wenn wir dann weiter nach hinten kommen, alles wieder kein Thema. Ich muss auch sagen, im Technikbereich ist es auch ein bisschen anstrengend gewesen, finde ich. Ja, anstrengend, nicht ganz, das ist jetzt wieder ein bisschen übertrieben. Aber mit diesem Ausbleichen, ja, man erkennt manchmal nicht so genau, wo soll ich jetzt wie drauf. Durch das, dass halt die verbauten Sachen ausgebleicht sind und die frischen Sachen dann in Schwarz. Gerade bei den Pins kann das manchmal, kann man sich doch da mal das ein oder andere Mal vergucken, finde ich zumindest. Sonst war es ein guter Baufluss, hat sehr viel Spaß gemacht. Es sind interessante Bautechniken dabei, gesnottetes Dach und so. Die Türen sind tatsächlich ziemlich massiv gebaut. Ich gucke jetzt gerade auch, die Spiegel sind an der Seite ziemlich cool. Ihr habt sieben Bauabschütztüten. Also es hält sich in Grenzen, was die Masse an Steine auf einmal auf euren Tisch angeht. Und wir sind insgesamt bei 377. Man muss mit den Übersichten angehen. Ja, 377 Bauschritten. Da wird dann nur noch erläutert, welche Funktion es hat. Wenn wir genauer sind, ja, auch Funktion. Funktion. Ne, 373 wirklich effektive Bauschritte. Auf den letzten Seiten habt ihr wieder, wie immer bei Panos, eine Teileübersicht, was denn so drin verbaut ist. Gerade gut, wenn man so ein Set mal gebraucht, wieder verkaufen möchte und zerlegt. Und man möchte eine Vollzähligkeit machen und gucken, ist auch wirklich alles dabei. Das war es schon zur Bauanleitung. Dann gucken wir uns noch ganz kurz den Stickerbogen an, hätte ich gesagt. Hält sich diesmal in Grenzen? Ist ja auch nur ein Fahrzeug. Hier haben wir so ein bisschen Deko. Hier die Spiegel und das ganze Cockpit ist natürlich auch alles. Leider, leider. Ich mag den Trend nicht. Darum sind sie auch dran. Ich habe sie diesmal, auch wenn ich euch gesagt habe, ich werde hin und wieder jetzt mal Sticker aufbringen und so probieren, wie sie sind, bei diesem Set es nicht gemacht. Sie aufgebracht, da die Wahrscheinlichkeit, dass das bei mir bleibt, so bei 0,1% ist, weil es einfach nicht meine Größe ist. Somit gucken wir uns auch das Modell direkt mal an. Es ist mir einfach zu groß fürs Regal. Es ist nicht die Größe, die ich sammle. Sonst, ja, weil es sieht cool aus. Es hat echt Spaß gemacht, auch zu bauen. Es ist gefedert, vorne wie hinten. Wir können die Motorhaube vorne aufklappen. Da haben wir dann auch hier einen schönen, angedeuteten Motor gebaut. Ich finde diesen Dark Blue-Grey-Ansaug-Schnorchel vom Luftfilter, diesem schwarzen Kasten hier, das ist schon ein bisschen brutal. Also da kannst du ja zur Baby hineinschieben zum Putzen, wenn da mal der Ansaugtrag dreckig ist. Haben sie aber schön gemacht. Haben auch das gut verkleidet. Die Lenkung hat leider keine Hand-of-God-Steuerung. Aber das Lenkrad an sich, wenn wir hier die Tür aufmachen, kann ich es euch mal zeigen. Ist natürlich im Schwarzen ein bisschen schwer zu sehen. Das Lenkrad dreht sich mit. Bringt mir natürlich nichts beim Lenken, wenn ich hier oben nichts habe. Ist aber so. Wir haben Suicide-Doors, nennt man die so schön hinten. Dann die schwarzen Sitze. Also Farbseuchentechnisch ist da auch nichts drin. Ihr habt entweder schwarz. Die einzige Farbseuche, die euch ärgern kann, ist hier am Kotflügel der blaue Pin. Oder hier hinten an dem Ersatzrad der blaue Pin. Wir können dann auch hier hinten noch so eine Box aufmachen. Dann hat man da noch ein bisschen Deko. Wir haben hier schön die Lichter. Wir haben zwei Bergewinden hinten dran, wo man sich dann wieder rausziehen kann. Die auch natürlich funktionsfähig sind. Handbetrieb natürlich. Von unten schön die Technikelemente. Da seht ihr jetzt auch diese Light-Lewish-Grey-Lift-Arm-Rahmen. Die Löcher sind wie gesagt unbenutzt. Da hättet ihr dann noch acht Half-Pins reindrücken können. Ich habe es nicht gemacht, weil ich nicht wusste, ob ich genügend. Ja, ich hätte einfach welche aus dem Teilelager nehmen können. Aber ich wusste nicht, kommt da vielleicht noch was rein oder nicht. Dann haben wir hier oben die 360-Grad-Schwenkbare-Waffenanlage. Vorne mit den Optiken, mit den Kamerern und allem. Diesen riesen Munitionsbehälter. Natürlich relativ detaillos, weil die Sticker nicht drauf sind. Die Frontantenne hier vorne, die hier dran ist, die habe ich vorhin weggerupft. Habt ihr vielleicht mitbekommen. Die liegt jetzt irgendwo. Da haben wir hier hinten nochmal zwei. Und was ich auch witzig finde, ist hier den Deckel. Den kann man nämlich so hoch machen, so aufstellen. Und das soll auch so sein, tatsächlich. Natürlich, dass wenn man hier die Waffenlage rüberschwenkt und der Soldat die Munitionskiste nachfüllen muss, dann wenigstens von einer Seite noch geschützt ist gegen feindlichen Beschuss. Und dann kann man das hier wieder so, zack, reinzufahren. Das war schon das Modell an sich. Man kann es nicht nachträglich motorisieren. Es ist nicht gedacht, dass es motorisiert wird oder man einen Servo einbaut. Es ist hier unten auch ein bisschen wenig Platz. Hier könnte man schon irgendwie einen Motor reindübeln. Und da vorne irgendwo noch ein Servo rein. Dann hinten auf die Ladefläche. Jetzt habe ich bloß gerade Deko weggerupft. Auf die Ladefläche, die Akkubox. Das würde aber dann auch nicht gut aussehen, wenn man die hinten draufpacken könnte. Aber wenn man ein bisschen rumprobiert, kann man das motorisieren. Hat aber schon auch ein bisschen Gewicht. Also da würde ich jetzt schon mal mit einem M-Motor rangehen, mit einem L-Motor und so eine kleine Bruder. Oder? L, M? Ne, M, L. L-Motor, nicht M-Motor. Also der mittlere von den dreien. Weil sonst könnte es nämlich ein bisschen anstrengend werden. Ja, mehr gibt es zum Set gar nicht zu sagen. Somit rutschen wir gleich ins Fazit. Mit fließender Übergang, wie immer. Mein Fazit ist, auch wenn ich es eigentlich nicht wollte, hat es mir sehr viel Spaß gemacht zu bauen. Die Teile waren gut. Bautechniken sind interessant gewesen. Oben gesnotterte Dach, Waffenanlage, das Ganze. Auch die Türen. Weil mal Türen, die nicht beim halb bisschen anfassen gleich auseinanderfallen. Hat mich sehr gefreut. Auch hier mit diesen Spiegeln, mit diesen ganzen Bars. Auch ganz nett und hält trotzdem ziemlich stabil. Leider Sticker. Aber bei Preis-Leistung 2,3 Cent, da muss man halt Sticker einfach schlucken. Die Pille muss man schlucken. Wenn Panos sagt, nein, sie wollen preislich attraktiv werden. Oder einfach zu attraktiven Preisen die Sets raushauen können. Dann glaube ich das natürlich, dass dann halt auf Drucke leider verzichtet werden muss. Nichtsdestotrotz, für Freunde dieses Maßstabs ist es von meiner Seite aus ein Set, das ich nur empfehlen kann. Es hat echt Spaß gemacht. Wie gesagt, und im Technikbereich. Die Pins sind ein bisschen satter. Und manchmal ein Ticken hakeliger, wie man es so gewohnt ist von anderen Herstellern. Ancada, Moldking, also dann Go-Bricks. Oder ich habe jetzt auch Sembo im Anschluss von dem gebaut. Ein Technik-Set von Sembo. Da ging es so richtig, das ging so richtig fluffig. Da ist das noch ein bisschen strammer. Zahnrädchen, aber funktionieren. Die paar, wo man da verbauen musste für die Lenkung. Gab es jetzt auch nichts. Nichts Kreuzachsen, auch stabil. Rutscht nichts irgendwie runter. Nicht lapidar. Und ja, relativ gut. Also die Technik-Teile würde ich so, wenn wir so Noten sehen, so eine 2 geben. Da fehlt noch dieser gewisse Feinschliff. Sonst finde ich das ganze Set, wie gesagt, gut. Kann es mir empfehlen. Wenn ihr es über meinen Link bestellt, freut es mich. Denkt aber dann bitte an den Rabattcode. Wenn ihr es woanders günstiger findet, nimmt natürlich das Angebot wahr. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich immer über einen Kommentar. Und natürlich das Abo nicht vergessen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was denn bei dem irren Karriere der Kamera sonst noch so abgeht. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Denkt immer dran, lasst euch nicht ärgern. Wir sehen uns spätestens nächsten Monat wieder, wenn es wieder heißt. Every Monday is Social Monday. Haut rein, Leute. Ciao.